Alter, guck dir das Drecksvieh an. Siehst du, wie er da unten völlig abspackt? Wie er richtig ausrastet? Alter. Fuck, ey, kommt er dann jetzt noch mal? Er ist auf der Suche nach dir. Ja, der spawns sicherlich hoch zu dir. Guck mal runter. Klär du das mal mit ihm. Nein, ich klär gar nicht. Ich geh jetzt. Ey, lass mal jetzt gehen. Ja, los. Ich bin hinter dir. Ich geb dir auf jeden Fall Backup. Ja, warte, so. Er ist hinter dir, er ist hinter dir. Gar nicht. Ey, du bist doch ein Lügner. Ja, ich bin vor allem derbe angespannt. Ich höre ihn doch hier. Ja, ich höre ihn auch immer weg da. Ja, da kommt ein Skelett. Ey, du bist so ein Spinner. Da wollte er mir meinen Eisen klauen. Ich versuche hier gerade meinen Arsch zu retten. Ja, pass auf, dann rette du uns. Ich mach uns dann gleich im Gegenzug da für eine Rüstung. So. Tod, oder was? Ey, dein verfickter Creeper, Alter. Der geht mir gar nicht auf die Nerven. Der Enderman heißt das. Ey, wo ist er? Der hat sich weggebeamt. War er gerade da? Ja, komm, komm, komm. Komm, schneller. Lass einfach jetzt runter. Ja. Guck du mal hinter mir, bitte. Ja, ich gucke. Ey, wenn der uns jetzt hier... Mach einfach Platz da. So, jetzt rein da. Ja, geh mal weg da. Mach mal hier. Hinter uns dicht. Mach mal hinter uns dicht hier. Ja. Nein, 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 nein. Hast du mich gerade geschlagen? Ja, mit Sicherheit. Alter, mach mir doch nicht so ne Angst. Ey, du fällst bestimmt gleich runter. Ich seh das schon, komm, Mann. Ja, ich muss jetzt... Ja, Moment. Ich muss jetzt mal kurz... Hast du ne Schaufel? Nee. Ey, geh, warte, so. Ey, sag mal. Wenigstens ein Balken hier weg. So. Oh, Alter. Ey, ich bin so derbe angespannt, Alter. Das ist... Ich kann gar nicht reden vor Anspannung. Ich auch nicht. Ich bin richtig. Ich hab hier Kohle. Ey, ich muss mal eben ganz kurz hier den Stein irgendwie so hinlegen, dass er uns hier schützt. So, warte. Guck mal, so ist das doch nett, oder? Ja, ich mach mal Licht. Vielleicht machst du hinter uns nochmal dicht einfach, dass wir gleich zumindest... Hab ich doch gerade. Hast du? Fantastico. Ja, wenn schon, denn schon. Ey, jetzt hab ich keine Spitzhacke mehr. Es kann nicht wahr sein. Ja, warte, ich hab hier eine. Ne Stein, oder? Ja. Danke. Du hast sie wieder genommen. Ne, ich hab sie. Alter. Also ich mein, ich find das ja schon schwierig, alleine durch so ne Höhle zu wandern, aber dann auch noch zusammen. Und dann auch mit Zombies. Und dann auch noch ohne Rüstung. Und dann mit den mega abgefucktesten Waffen. Ist ein Witz, ey. Egal, Hauptsache wir kriegen ein bisschen Kohle, dann können wir schon mal zu Hause prophylaktisch so ein paar Fackeln kreieren. So, pass mal auf. Ich glaub wir sollten mal nach unten irgendwie, hab ich das Gefühl. Wäre eine Maßnahme, ja. Weil hier oben ist nix. Also ich geh jetzt hier weiter, mach mal ein bisschen... Oh, ich hab wieder die Fahrstuhlmucke. Oh, wesentlich hast du Musik. Warte, hier ist nix. Also wir müssen auf jeden Fall... Warte. Ist unten irgendwo Wasser? Ja, da hinten. Ja, dann spring rein. Ich spring da bestimmt nicht rein. Ja, ich mach das. Ja, dann hau rein. Das sind auch waghalsige Ideen, die du da hast. Ich sag ja, halt dich an den Survival Guide. Äh... Immer jetzt in fließendes Wasser zu springen. Es sei denn, es kommt von... Wie so ein besoffener... Ich weiß ja, es spring. Es sei denn, es kommt von oben. Springst du da jetzt ernsthaft rein? Ja, ich überleg grad, ob das Wasser ist. Aber es sieht so aus, ja. Ich seh Wasser, aber da ist auch... Ne, da hinten das Wasser sieht mir besser, ja. Ja, das sieht besser. Ach, guck mal hier. Wir können uns da runtergraben. Ja, hau rein. Warte mal, das ist genau unter... Wo bist du denn? Hier, siehst du das Wasser da? Unter dir, ja, ja. Auf der anderen Seite. Ja. Ich muss mir mal ganz kurz räuspern, denn es tut mir leid. So. Fand ich in der letzten Folge schon so großartig. Entschuldigung. Ähm... Ich habe mir tatsächlich Themen aufgeschrieben. Hör auf. Und sehe gerade, ich weiß nicht wer das war, da steht ganz unten drauf, deine Mutter. Max? Ja. Weißt du was? Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, siehst du. So gebückt auch noch, ziemlich geil. Jaaaa! Ey, warst du ernsthaft? Komm runter, komm runter! Nein, 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 nein! Oh Gott! Alter, das kannst du doch nicht machen mit mir! Ja, Skelett! Vor allem Lava! Und mein Telefon schmackt hier ab! Ah! Ah! Hey, warte! Hey, warte! Ich hab's! Ja, ich hab's! So, das Diamant gehört mir hier, weil ich den waghheizigen Sprung runter gewagt habe. Was für ein Diamant? Äh, ich meine hier Eisen. Dann gib mal ein bisschen Backup hier. Ja, ich hab hier auch noch, warte. Also, ich bin ein Stück weiter gegangen. Das ist lieb von dir. Hinter dir war noch ein Skelett, aber das war oben. Ich weiß nicht, ob das runterkommt. Ja, ach, mit Sicherheit. Und wenn nicht, bin ich gleich tot. Siehst du es da oben? Ist mir egal, ich guck da jetzt gar nicht hin, ey. Wir machen ihr Ding, ich mach mein Ding und gut ist. Ich mach mal ganz kurz das Wasser hier so ein bisschen ein Kerkern. So. Die Lava wär geiler, wenn wir die einkerkern würden. Ja, hab ich schon. Obwohl, mit so einem Eimer sollten wir die eigentlich mitnehmen. Ich find das immer ganz geil, wenn man die auf so einem Holzhaus verteilt. Ja, hast du einen Eimer? Hat einen krassen Flair. Ja, den kann ich ja eben machen. Ne, Quatsch. Ey, die will nicht. Alter, was geht ab? Spack ab! Hör! Hör! Ey, nein, 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 nein. Der schießt von mir. Ja, ja, ja. Wir müssen ihn jetzt mal, wir müssen uns jetzt... Okay, Achtung, Achtung, er kommt. Ja, ich mach hier mal kurz Licht. Okay, ich hab ihn. Damit wir gleich nicht wieder neue Probleme haben. Hier, hörst du mich noch gut? Ich entferne mich immer weiter vom Mikrofon, hab ich den Eindruck. Nee, ist alles genau. Ich sag dir, gleich kommt von oben wieder die Hälfte runtergesprungen. Ich garantiere es dir. Also, ich hör dich schon gut, nur bei mir kratzt es halt auf der linken Seite. Aber das wird an meiner Aufnahmebox liegen. Du hast die Uhr auch immer im Überblick, ne? Welche Uhr? Ja, wegen Aufnahme und so. Ach so, ja, ja. Eine Viertelstunde haben wir noch. Okay. Ey, ist das ein Creeper? Ja, hinter dir! Nein, 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 nein! Lebst du noch? Und vor uns kommt auch einer. Ja, ja, ja. Vor uns kommt auch einer. Boah, Alter, ich hab zum Glück nichts verloren. Sicher mal hinter uns. Sicher jetzt einfach mal. Du guckst jetzt schön hinter uns. Ey, wo, wo, wo? Ja, du guckst einfach hinter uns. Ja, 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 ja. Ach, fick dich, Alter. Nicht du, Creeper. So, hier, alles meins. Okay, warte. Warte, ich baue uns mal eben hier zu. Auf der anderen Seite, ne? Ja, hier hinter uns, ne? Ja, ja, guter Junge. Ja, dann mach du doch mal die andere Seite. Ja, wieso? Wollen wir doch lang, oder nicht? Achso, ich wäre jetzt noch weiter durch die Schluck gegangen. Achso, ja, können wir auch machen. Ne, müssen wir nicht. Wir können auch da. Das Problem ist, wenn man einmal in dieser Höhle drin ist, man kommt nicht mehr raus. Wow. Ja? Ja. Alter, die Musik ist gerade so dermaßen laut. Aber sie gefällt mir. Ich hoffe, man hört dich noch. Alter, ich bin sowieso so angespannt, dass ich, glaube ich, von niemandem mehr gehört werde auf diesem Planeten. Ach. Alles gut. Ey, so viel... Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte jetzt von mir hier. Ich muss hier mal kurz meinen ganzen Scheiß runterholen. Du sollst hier nichts runterholen, verdammt nochmal. Was machst du denn da? Boah! Alter, okay. Es war nur ein Eisen. Alles gut. Alter, ey, Mann. Ich bin völlig übermüdet. Ich bin völlig angespannt. Ich rasteig völlig aus, Alter. Wirklich. Ich bin kurz vorm Rampage-Mode, Alter. Ohne Scheiß. Rampage-Mode, 80 Prozent, Digga. Und dazu kommt noch Müdigkeit. Ich habe jetzt gerade Redstone gefunden. Redstone, Alter. Ey, kann ich Redstone mit einer Steinhacke, kann ich nicht machen. Fuck, ich hätte eine Eisenspitzhacke machen sollen. Ich vollidiot. Können wir das mal eben machen? Du? Was? Ich mache mal eben eine Eisenspitzhacke. Ja. Hau doch rein. Ja, dann brauchst du auch eine? Ja. Pass auf, dann muss ich jetzt eben nochmal hier improvisieren, Ofen machen. Ey, wollen wir es nicht einfach so machen, dass wir einfach zusammen sammeln und am Ende einfach immer Hälfte, Hälfte machen? Wenn wir schon zusammen losgehen. Ja, bei allem, außer bei Diamanten, sehr gerne. Du giftiger wieder, weißt du? Ey, du bist doch der Erste, der rumspackt, sobald er irgendwas geiles gefunden hat. Ich bin der Erste, der angeboten hat, dass wir teilen. Ja, teilen. In Anführungszeichen teilen. Nein, teilen. Hälfte, Hälfte. So, pass auf. Ja, gut, machen wir. Jetzt will ich nicht mehr. So, pass auf. Wir müssen nur ganz kurz hier warten. Wow, ich bin Level 5. Ich bin Level 1, Alter. Ach, wegen dem ganzen Kohlekram und so, ne? Ja. Vermutlich. Baust du die nicht ab, oder was? Ja doch, sicher. Sicherheit. Ja, sicher. Sicherheit. Wir brauchen mehr Sicherheit. Boah, Alter. Wo ist das? Nichts. Ich wäre gerade fast in Lava reingefallen. Alter, nun hör auf, Mann. Mach mich nicht mehr. Du bist auch schreckhaft, ne? Ohne Scheiß. Ich bin aber nur so schreckhaft, wenn andere schreckhaft sind. Da ist der Slenderdreh nichts gegen. Hast du Eisenspitze gemacht? Nee, ich bin dabei. Moment, Moment, Moment. Ich muss mir ein paar Stiggis machen. So, mach mal. Stiggis. Ja. Stiggis. Was? Was? Achso, ja, 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 ja. So, warte, jetzt haben wir... Jetzt kann ich wenigstens schon mal eine machen. Es ist hier gerade verhältnismäßig still. Ein Zustand, der mich nervös macht und erfreut zugleich. Das ist eine wahre Lüge, ist das. So, pass auf, eine Spitzhacke, haben wir eine Eisen? Das ist ja eine wahre Entwicklung, die wir hier in der Zeit machen. Eine wahre Entwicklung. Eine wahre Geschichte. Vor allem, wie unglaublich lahmarschig wir sind. Bist du dir das mal aufgefallen? Ja, aber egal. Das lieben die Leute. Ich glaube, ich kann... Das lieben die Leute. Ich selber würde mich, glaube ich, abonnieren, weil ich mich, glaube ich, so oft erschrecke. Das finde ich immer am allergeilsten. Wenn ich mir selber beim Schnitt an das angucke, dann überlege ich mal, nimmst du das raus, wenn es so peinlich ist. Aber ich kreische ja ganz oft echt wie so ein Mädchen. Vor allem meistens auch wegen irgendeinem Scheiß. Ich glaube, 80% der ganzen Erstrecker, die ich habe, sind wegen irgendwelchen, keine Ahnung, Steinen, die da liegen. Und die verwechsel ich dann irgendwie mit, mit keiner Ahnung was. Mit keiner Ahnung was. Guck mal hier, du Giftiger! Du Giftiger, weißt du? Achso, ja nimm du das, ich nimm das da hinten. Okay. Deine Fail-Camp finde ich ziemlich geil. Ja, das mache ich immer, wenn es ein Fail gab, den es so ziemlich viele Minuten gibt. Genau. Ey, ich habe so Angst, ne? Soll ich uns nochmal eben Schwerter machen, wenn ich schon dabei bin? Ja. Ich habe, also meine größte Angst ist eigentlich die, dass wir jetzt wirklich eine schöne Ausbeute haben. Und dann nicht zurückkommen. Nachlässig werden und wieder nicht zurückkommen, ja. Ne, das kriegen wir hin. Pass auf, ich mache uns eben noch Schwerter. Leg doch dein Eisen noch mit da rein, dann können wir uns auch gleich eine Rüstung machen. Jetzt müsste ich ja, achso, ja okay. Okay. Also wenn du weißt, wie ich das meine, mein Lieber. Aber natürlich weiß ich das, wie du das meinst. Ja, pass auf, dann komm mal rüber hier. Genau, leg mal dein Eisen da rein. Ich mache mal eben die... Ja, dann mach doch mal lieber kurz, machen wir noch einen zweiten Ofen. So viel Stein habe ich gar nicht, aber warte, warte, warte. Warte ich aber, warte, warte, warte. Ey, ich habe schon. Nicht abbauen. Ich habe schon. Ey, da ist irgendwo was. Ja, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Ey, 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 hilf mir, hilf mir. Mach mal wieder zu hier. Ey. Ich habe nichts zum zum zumachen. Mach mal bitte unten, äh, dort zu unten. Ich habe doch jetzt, warte mal. Jetzt. Ich bin gerade so panisch. So, warte, ich mache hier zu. So. Du weißt, dass der hier sich auch rein beamen kann, ne? Ja, weiß ich, wenn er, wenn man ihn anschaut. Soweit ich diese Information aus erster Hand erhalten habe, so hier. Das hört sich gerade, er hört sich gerade ehrlich gesagt eher an wie so ein... Wie ein Truthahn. Ne, wie so ein Gäst. Ey, wenn der jetzt hier noch wäre, ne, das ist... Ne, Gäst kann er nicht, der muss ja aus der Höhle. Wieso, hä, ist jetzt hier schon alles abgebrannt? Ach, ne, da, okay. Der zweite Ofen steht da. Ja, ja, ich hab, wir haben noch einen dritten. Ist da schon Kohle drin? Ja, pass auf, hier ist dein Schwert, bitte sehr. Vielen Dank. Du mieses... Das hört sich an wie ein... Es ist richtig, ja. Es ist unnormal. Komm, Tim, komm, komm das mal, let's play mit, mit, äh, Zombies machen. Das ist eine total tolle Idee. Ey, das müssen realistische Umstände sein, das muss doch spannend sein. Allein schon realistische Umstände. Wenn ich das... Ey, das ist genau das gleiche, wenn ich das... Ey, mir ist erst mal so ein Creeper hinterher gelaufen. Das war... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so ein Gronkh Let's Play gucke oder sowas, ich finde es mittlerweile auch langweilig, weil der einfach so... Also für ihn ist das ja wie Chicken. Weißt du, der ist ja mittlerweile so hochgepusht, dass das schon gar keine Herausforderung mehr ist, wenn er in einer Höhle unterwegs ist. Ja, hast du ja recht, natürlich, klar. Also ich finde das dann langweilig. Ich möchte natürlich auch irgendwie bauen können, das wäre ganz cool, ne? Ja, hast du recht. So, pass auf. Ähm... Also wir müssen jetzt langsam auf die Uhr gucken, ne? Ja, wir haben noch 10 Minuten, dann ist... Ey, jetzt... 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 Da war jetzt was. Ja, ne Spinne war das. Ja, weil ich will vor allem auch zurück. Oder wollen wir hier Pause machen? Mh... Um Gottes Willen nein. Das wäre richtig behindert. So, pass auf, ich versuche mal eben... Ähm... Warte, wie war das doch gleich noch? So, so... Ey, wir hätten das Ganze jetzt nicht... Oh, wir hätten das jetzt nicht machen sollen. Mit dem Eisen. Doch, ist egal. Weißt du was? Hast du schon irgendwas davon gecraftet? Ja, warte. Ne! Hör auf! Warum? Wir brechen das ab. Wir gehen jetzt nach Hause. Ey, ich habe doch jetzt gerade eine Rüstung gemacht. Ich wollte ja auch eine machen. Jetzt warte mal eben. Das Eisen hätten wir besser investieren können. Ja, wenigstens das Stückchen hier. Nun heul nicht rum. Ey, es klingt so, als hätte sich über uns richtig viel angesammelt. So, wenigstens das. Nur ein Brustkorb? Ja, ich kann auch mehr machen, aber du lässt mich ja nicht. Ja, dann... Ja, doch. Aber mehr Eisen haben wir gar nicht, ne? Nee. Nee, das wird nichts mehr. Oder warte mal, wie viel ist da noch drin? Wie viel hast denn du noch? Ja, sieben. Ja, das geht. Gib mal her. Ja, das reicht für ein. Mach doch mal zwei Stiefel. Oder... Ja, mach mal zwei Stiefel. Da kann ich nur ein mitmachen. Einen habe ich auch noch. Vielleicht hilft dir das. Nein, das passt nicht. Ja, okay. Lass alles mitnehmen jetzt hier. Ja, ja, ja. Okay. So. Ähm. Oh, Entschuldigung. Vorsicht, warte. Pass mal auf. Ey, bevor wir jetzt ganz kurz... Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Oh. Okay. Ey, lass mal bitte irgendwo woanders mit Graben. Ja, warte mal. Ich will jetzt mal kurz... Ja, genau. Ich will jetzt mal kurz auch ein bisschen Stein zumindest mitnehmen. Ja, gut. Da habe ich dabei. Dann bauen wir uns jetzt hier einfach... Wir können ja ein bisschen nach unten bauen. Nee, aber warte. Wenn du gerade ausbaust, da ist irgendwann offen. Okay. Also bin ich zu... Oh, oh. Ja, da ist es offen, Junge. Ja, warte, das Lass uns hier nach unten bauen. Das ist so ein purerer Nerven-Kitzel. Ja, ey, Alter. Ey, das kann ich doch bei mir machen. Kann ja, bei mir haben. Weißt du, was wir nachher machen? Wir... Ja. Eine Stein-Mini können wir doch aufmachen. Wie? Hast'it gehört? Ja, ich hör's immer noch. Das ist hier rechts neben mir irgendwo. Äh, wir können doch... Hier läuft's gerade ab confident runter. Alter, ich bin völlig fair mit inspelant! Wenn wir nachher zuhause sind ... Ja… dann graben wir uns einfach irgendwo nach unten und ich garantiere dir, dass wir irgendwo so ein verkacktes Dungeon passieren. Da müssen wir nicht immer zumindest so weit gehen. Das wäre weiter angenehm. Ja, wir sollten uns auch auf die Agenda schreiben, dass wir irgendwann mal so ein Rail-System in die Mine reinbauen. Und vor allem, dass wir jetzt hier auch wieder Licht machen. Ja, das vernachlässige ich sehr, hast du recht. Das tut mir sehr leid. Ja, ich doch genauso. Ach, Max, ich doch genauso. Ja gut, na gut, na gut. So, jetzt reicht es, jetzt können wir gehen. Ich hab jetzt die Hosen voll, ey. Dann reiß mal auf da oben. Nee, ernsthaft? Ja, dann müssen wir ja raus. Ja, überleg mal ganz kurz, wie wir denn überhaupt zurückkommen würden. Durch die Schlucht wieder? Ja, hier, hier, ja. Oh Gott, wir sind ja, oh Gott, wir sind ja richtig weit weg. Ja, so weit ist es nicht. Ja, oder graben wir uns einfach rauf? Nee, sowas macht man nicht. Wie wollen wir denn bei der Schlucht hochkommen? Wie wollen wir denn bei der Schlucht hochkommen? Ja, hör doch mal zu, wenn du dich da durchgräbst, kann es sein, dass du direkt durch Lava gräbst und dann ist es vorbei. Nee, das würde man sehen. Lava fließt runter. Ja, aber wenn du schnell bist und dann nicht drauf achtest. Ey, lass einfach hochgehen jetzt. Ja, dann mach. Ich geb dir Backup. Ich hab das Schwert. Warte, ich mach schon mal hier auf. So, pass auf. Ich guck mal eben. Ich wage mal einen Blick raus. Okay, hier ist nix. Bin genau hinter dir. Ja, hier ist gar nix. Okay, dann keine Ahnung. Aber hier ist irgendwo was. Ich hör das doch. Ja, komm, einfach renn. Wie gesagt, hinter uns, glaub ich. Nee, hinter uns ist nix. Warte, ich muss das Schwert mal eben ganz kurz hier hinlegen, sonst sind wir gleich echt tot. Das war mein letzter Fackel. Ey, ich hab noch Fackeln, aber nur noch drei Stück. Ja, egal. Wir müssen einfach... Hast du den Wasserfall komplett zugemacht? Nein, hab ich nicht. Ja, dann lass da hochschwimmen. Ja, aber dann flott. Ja, er ist... Alter, das ist n Zombie, man. Bleib easy. Nein, da war ne Spinne gerade, man. Oh, fuck, man. So ne... Ja, du weißt schon. Wieso ist hier nicht mehr Wasser? Du bist so geil, die andere Seite. Oh Gott, ich bin irgendwo gerade so... Ich kann nicht reden, ich kann nicht reden, Alter. Ich auch nicht, ich bin so total angeschmarrt. So, warte mal eben. Okay, hier geht's ihm zwar ein bisschen hoch, aber nicht ganz so weit. Ich versuch das mal mit dem Stein dann eben... Ähm... Brichst du dich durch, brichst du dich durch, ja? Ich versuch das mal eben. Schlag dich mal durch da einfach. Ja, warte. Ist natürlich auch ziemlich dämlich, jetzt die andere Spitzhacke dafür zu missbrauchen. So. Ich will das schaffen, ich schwöre, ich mach mal Fass auf. Ja, ist kein Thema. Ja, darfst nicht vergessen, meine Aufnahme ist auch gleich im Arsch, Alter. Ja, warte. Wir müssen jetzt hinter dir, sonst ist ein Skelleck gespawnt. Okay, warte, hoch, hoch. Hast du ein bisschen Stein, um dich hochzudüddeln? Ja, 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 ja. Du hast mir ja auch eins freigemacht, du bist so lieb, ey. Ja, wenn schon, wenn schon. Du bist so liebste Mensch der Welt, ohne Quatsch. Und das sagt jemand, mit dem ich fast verwandt bin. Ja, echt. So, warte. Im Herzen. Im Herzen. Ey, das, was machst du da? Ja, ich wollte, genau, damit du darauf kannst. Ja. Warte, wir müssen hier. Hier sind wir doch irgendwo auch hergekommen, oder nicht? Ja, einfach hoch jetzt. Nochmal hoch jetzt. Nochmal hoch. Ja, warte, ich muss erst mal, ich hab keine Schaufel dabei. Nein, jetzt ist die Hacke kaputt. Warte, ich nimm die. Go, 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 Power Ranger. Ja, wir sind wenigstens schon mal da, wo wir. Okay, sehr gut. Schwert zücken, Schwert, Schwert. Ja, hab ich. Schwertbärt. Nein, irgendjemand schießt schon, irgendjemand schießt schon. Egal, egal, egal. Wo denn? Hier, 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 komm, komm, komm. Da ist ein Wolf. Ja, toll. Ja, aber vorsichtig, lass den nicht schlagen von mir. Müssen wir hier? Ja, 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 ist richtig. Geh, 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 und dann rechts, rechts, rechts. Oh, diese Musik passt gerade so unglaublich gut. Ich hab gerade so Angst. Die Musik passt bei mir gerade einfach so gut. Ich kann auch hier. Okay, alles klar. Oh Gott, warte, 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 warte. Hinter uns müsste jetzt nur noch original alles explodieren. Warte, warte. Oh, das ist sogar hell, Alter. Es sind beste Voraussetzungen. Wir haben es geschafft. Nein, komm hier nicht hoch. Wir haben es geschafft. Alles gut. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Warte, ich nimm das hier eben noch mit. Wir haben es geschafft. Alles gut. Hier, hier, hier. Was denn? Ich bin hier schon raus. Oh Gott. Oh, Sergeant, es war mir eine Ehre mit Ihnen, diesen Kampfgedient zu haben. Warte, jetzt ist ein Witz, dass ich nicht mal Knochen bekommen habe von den Skeletten. Ich habe auch keine. Auf jeden Fall sieht das sehr, sehr episch aus an dir, dieser Umhang mit der Rüstung. Ja, an dir auch, auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr sexy aus. Also ich würde dich glatt irgendwo bei Lavou vermitteln. So, ich merke gerade, dass meine Aufnahme schon wieder anfängt zu ruckeln. Das heißt, Festplatte ist voll. Okay, falls wir das nicht mehr schaffen sollten. Mach mal eine Abmoderation. Ich mache jetzt schon mal eine Abmoderation. Ja, bitte, bitte. Leute, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Das ist dann original bei mir zu Hause. Und ich bedanke mich für's Zuschauen. Und dann sage ich bis gleich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020